hallo hallo ist schon irre so mit sich selber zu sprechen also so ein stummes gegenüber zu haben so ein digitales aufnahmegerät also was man irgendwo herkriegen kann wo man dann sozusagen auf knöpfe drückt und dann schauen kann was da rausgekommen ist aus dem hier aus diesem organismus es ist ja gar ist ja was ist denn das für ein gegenüber hier und dann auch noch zu hoffen dass es dann sehr voll die verzögerung total verzögert und total direkt auch ist keine es richtet sich ja ich richte mich ja auf mich selbst aus weil ich ja nicht mit irgendwem spreche sondern mit mir selbst tja und was will ich von mir hören ja ich weiß es ja selber nicht also langweilen will ich mir auch nicht mit meinem gequatsche irgendwie ist es auch interessant weil so was ich könnte sagen ja ich weiß irgendwie dass jedes konzept sich aufstellt um zur konzeptlosigkeit also zur freiheit zu kommen die nicht in ein konzept passt nie hinführen wird zu dem konzept also dass ich durch jede form von erreichen nie das erreichen werde was schon ist weil das erreichen ist einfach ein spiel von dem was ist und ist schon das was ich suche einen coolen satz gelesen heißt so warum bist du unglücklich 99,9 prozent der gedanken drehen sich immer um dich selbst immer wie kann ich mein wohlbefinden verbessern wie kann ich ja immer immer sorgen um sich sorgen oder arrangieren wollen dass man gut drauf ist aber der spruch war ja das 99 prozent deiner gedanken drehen sich um dich selbst aber schau hin es gibt keins es gibt kein selbst und darum bist du unglücklich weil du immer dir ein selbst aufbaust für das du dann sorgen willst dass es gar nicht gibt aber beweis mir mal dass es ihn selbst gibt hier ich der ich mit mir selbst spreche soll mir jetzt auch noch beweisen dass es mich gibt als selbst das für sich sorgen muss damit es nicht unglücklich sehr gut also ich habe jetzt das war es jetzt das erste oder fürs unendliche kann wahrscheinlich ewig weiter reden oder auch nicht aber ich halte jetzt mal die klappe wo ist jetzt die klappe hey halt sie mal kein spaß jetzt nur noch witzig trefft mich zwei erleuchtete